Mehr Lebensqualität, Vila Gasa, euer Vermarkter Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Seifamilienhaus im Zentrum von Spiez. Ruhige Wohnlagen, optimale Besohnung und sehr kinderfreundlich. Zweifhalbzimmerhaus mit einem Grundstück von 740 m². Und die Liegenschaft ist im 2006 komplett renoviert worden. Ihr habt die Frage oder wünschst du in der Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Wir sehen uns Attacken. Sous-titelung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.